hallo und willkommen zurück bei so ein jungtier ist fertig das zweite wird hergestellt drei teleporter zwei kanonen wenn diese aufträge durch sind dann geht's weiter so was ist dein problem wer hat dir hier befohlen aufzuhören du wirst hier schön weiter erz abbauen okay so long wir haben jetzt dieses gebiet hier für uns in angriff genommen und bis jetzt scheint es sich auch damit abgefunden zu haben wir brauchen noch ein schild generator dann haben wir den nächsten tower ready aber diese platten brauchen halt viel haben zumindest von denen bisschen was auf vorrat es fehlt halt jetzt an den hier also an quats kann es eigentlich nicht mangeln er an arbeitern die das quats liefern was ich habe halt auch sehr viele arbeiter verloren sehr viele verstärkte platten habe ich auch geopfert guck mal hier wann sind die denn fertig geworden naja für die machen erstmal nichts wir müssen erstmal machen wir hier unsere unser geschwader ready wenn das ready ist wollen wir und nächsten erstmal hier die produktion fertig und eine auf und bauen auch erstmal die produktion für die materialien damit ich das nicht immer selber machen muss die wenigen transporteure haben halt gerade das ist weil die hier nicht mehr gerade sonst ziehen wir die erstmal gerade zurück da kommen sie direkt wieder okay die machen extrem viel schaden scheiße scheiß das war bitter das war bitter aber du kannst den schon mal nehmen das war extrem bitter weil wir einen späer verloren haben das ist hart mm-hmm ja das war super ich will weil ich mich nicht nur also ein Speer zu verlieren echt unschön dieses Nest muss ausgerottet werden es wird auch ausgerottet der gute Speer der tut mir richtig leid dass ich den verlieren muss das heißt ich brauche wieder einen Arbeiter ne wie viele Arbeiter brauche ich jetzt mehr vier ich brauche vier neue Arbeiter ja ich weiß ich könnte auch größere und bessere bauen mache ich aber nicht weil ich will die Arbeiter in Speer umwandeln das ist ja der Plan ich werde die versuchen rauszulocken in die Türme vernichten dann versuche ich die das Insekten Nest zu zerstören und wir ziehen uns wir greifen an und ziehen uns immer wieder zurück mit zwei dicken Jungtieren hoffe ich schaffen wir das die werden relativ flott gebaut wenn die Ressourcen da sind die Ressourcen Das hätte ich auf jeden Fall tausendmal besser machen können mit den Späern. Dann wäre auch keiner gestorben. Ich wollte die halt immer in die Nähe der Türme halten. Das war vielleicht ein Fehler. So, habe ich damit wieder genug? Ja. Okay. Wir holen sie zusammen, weil das wird ihnen wieder einen neuen Angriff geben. Okay. 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 Ich glaube, das Jungtier lassen wir permanent hier oben, gerade. Kannst du den Quarz einsammeln. Das Jungtier bleibt hier oben, damit er die ganze Zeit reparieren kann. So, ihr könnt weitermachen. Okay. 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 ist wie bei starcraft diese rotos türme die muss ich die ganze zeit denken wenn ich die teile hier sehr der erste turm ist ready anscheinend habe ich aber nicht genug hier nach produziert oder mal gucken wo die reise hingeht das erste jungtier ist ready es muss natürlich noch strom laden im moment sieht strom nicht so gut aus weil wir nacht haben so der stellt jetzt noch einen her aber hier fehlen ja noch mehr ich nehme die wieder mit rein der vorrat geht nämlich langsam aus so 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 ich würde es bevorzugen wenn die schon hier oben lieber das abbauen würden damit dieser haufen erstmal weg ist er ist nicht voll geladen der ist 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 die sind voll jetzt haben wir noch ein volles sturm wieso lädt der hier nicht auf der verliert sogar die ganze zeit strom ja gut wenn jetzt gleich tag ist hat sich die sache hoffentlich wieder erledigt er muss wahrscheinlich hier voll laden so So, ich nehme ihn mal aus der 2 raus. Nimm die beiden mit rein. Wenn die gleich hoch fahren, platzieren wir mal die Large Plattform hier dann. Versuche ich dann hier zwei Large hinzumachen, vier dann später große Teile. So, ein Reparatur-Kit. So, ich nehme ihn mal aus. 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 Gut. es ist noch einer kommen und transportieren dann geht es los speicher vorher aber ich will nicht schon wieder die ganzen einheiten verlieren das dauert ja auch ewig bis wir die gebaut haben so können uns aber trotzdem hier schon mal sammeln so jetzt wird sich hier gesammelt oh mann ja die tanken dann am ende das ist so der plan während die rum schnell rumfahren ausweichen problem sind die mantis teile die werden ein problem sein müssen dann einfach fokussieren so wir fahren erst mal hierhin und reparieren ok hat gut geklappt dann setzen wir jetzt mal die große plattform hierhin so ist konstruiert ist aufgebaut alles klar dann rein wir jetzt wir versuchen wir versuchen das nest anzugreifen gut das nest ist platt sonst ist hier auch keins in der unmittelbaren nähe einmal bitte einsammeln jetzt machen wir das andere nest auch direkt platt ok das ist eine größere angriffsteid macht von denen hinter die türme hinter die türme ok das hat ja auch noch löcher oh shit die löcher sind ein großes problem tatsächlich aber gut ihr könnt ja auch erstmal jetzt hier entleeren das insekten schätin lagern wir hier mal zwischen weil ich noch nicht weiß wofür das ist ist jetzt darum gefahren ok es ist langsam hier alles wieder repariert versuchen noch mal vorzurücken machen zuerst mal die insekten löcher mit kaputt ok ich glaube wir haben die basis von denen zerstört sammeln wir den ganzen kram mal ein das war eine schwierigere geburt aber damit müssten wir hier das ist gebiet erst mal gesichert haben dann können wir jetzt mal diesen ganzen klopatsch den wir hier überall gedroppt haben im laufe der zeit einsammeln jetzt noch erstmal hier wieder ins lager rein um strom zu sammeln ja fahr mal da rein so kein freien lagerplatz mehr dann tun wir einmal entleeren so das insekten schätin tun wir mal wieder hier rein ich würde sagen dann könnt ihr auch erstmal wieder ganz normal weitermachen außer du bzw ja doch du du sammelst jetzt noch mal hier die überreste ein damit ja auch aufgeräumt haben ich überlege ob wir gerade ein bisschen erkunden sollen wenn wir jetzt schon mal haben aber dann stoßen wir nur wieder auf das nächste insekten nest da zwei insekten nest haben wir gefunden das waren sein seine idee das kommt ja auch noch wieder aber auch nur eine bestimmte reichweite ich will nur den hier sammeln ich will euch gar nicht zu nahe kommen da wäre das nächste nest so entleerst du dir jetzt eigentlich selber so du darfst auch wieder ins system gut dann haben wir das endlich erledigt dann fangen wir jetzt an aufzubauen so ich brauche transporter wie viele haben wir sind nicht sortiert so 40 so 40 okay wir haben 66 lol ich hätte auch einfach hier oben gucken können 66 wir bauen erstmal 10 das heißt ich muss wieder ein bisschen quads sammeln hierfür so wo tun wir zuerst die teile hin ich würde sagen wir machen den hier fertig die mittlere reihe damit das automatisch funktioniert so während die das machen hätte ich genug ressourcen um noch einen zweiten von denen zu machen also vier von denen kann ich schon mal herstellen so der erste teleporter ist ready dann können wir den jetzt bauen so ist gebaut teleporter rein dann kann er jetzt gebaut werden so ist drin so dann werde ich ihn jetzt kopieren und hier hier einfügen direkt mit teleporter so ein teleporter tun wir auch schon mal hier rein ich klaue mir mal einen Bohrer gerade so du wirst die beiden mal kurz weg bohren wir können zwar jetzt hier oben richtig bohren aber ich will gerade die bäume weg machen so ich hoffe das funktioniert auch wenn wir den hier platzieren dass er danach den hier weg bohrt ja es klappt sehr schön geil ach guck mal den hat er auch eingesammelt guck mal hier liegt noch mehr schön alles einsammeln und dann auch noch die beiden beide wird er gar nicht rein kriegen ja sonst füll mal hier rein die haben jetzt das problem dass sie da nicht mehr raus kommen ne so den machst du jetzt auch mal schnell weg so du machst jetzt aber hier die platten und hast als lager den hier wir sehen Gute Arbeit. Weißt du was? Wir setzen ihn sogar hier drauf an. Dann haben wir schon mal einen, der hier macht, ne? Was ist seine Mission? Was ist seine Mission, habe ich gefragt. Fährst du jetzt mal gefälligst hier hin? Die blockieren sich hier gerade alle. Der muss raus und die müssen rein. Da die Ressourcen ablegen. Es fehlt nur noch der Teleporter. Hey, ich habe euch gesagt. Damit wir jetzt auch Fundamente kriegen. So, der ist drin. So Leute, ihr müsst da raus. Guck, das wird Automat-Moment. Der hüpft auch diagonal. Der hüpft auch diagonal. Das müssen wir gerade mal ein bisschen beobachten. Ich glaube, der hüpft auch diagonal. Der ist da hochgehüpft. Dann würden wir gar nicht so viele Teleporter brauchen. Egal. Doppelt hält besser. So, CV. Machen wir mal hin, damit hier das Inventar wieder was leer geräumt wird. Und bitte noch mal zwei von denen hier. Also noch mal zwölf von denen. Ich würde gerne diesen ganzen Bums verschieben. Aber das geht leider nicht. Ja, ich kann immer noch kein internes Lager bauen. Das heißt, ich muss hier auch mit den Großen Vorliebe nehmen. Das ist tatsächlich ein bisschen ärgerlich gerade. Weil ich die fünf dann wieder wegreißen muss. Ich meine, so ein Stromproduktionsgebiet finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Von der Idee her. Ich kopiere den mal. Und dann machen wir hier mal ein Solargebiet hin. Du kommst doch da raus. Dass das hier so grell ist. Hey, baut doch erstmal den kleinen ab. Hey, baut doch erstmal hier den übrigen Müll ab. Ah, die blockieren sich hier wieder gegenseitig. Und das Lager will hier die ganze Zeit nur gebaut werden. So, es ist fertig. C. V. Der nächste wird gebaut. Ich trage die Solarpanels. Weil sonst werden die ja nicht fertig gebaut. So, die Nummer eins. Den Turm einmal bitte ablegen. Ey, eins. So Ja, da wirst du nicht drankommen Ja, da wirst du nicht drankommen Ist irgendwie in die Hose gegangen hier Hey, du musst da rein Du musst da rein Du da Und du hier Hier werden wir glaube ich mal ein bisschen ressourcensparender sein So So, du darfst Leermachen So, bitte einmal hier rein verteilen Damit wir auch Wieder die Ressourcen haben Also die Stromressourcen Ressourcen So, es wäre doch hier sinnvoller Wenn wir die Teleporter in diese Gebäude tun, oder? Bei dem probieren wir das mal aus Deswegen meinte ich eben Ressourcensparen Aber da habe ich halt Das habe ich ja nie gemacht, weil Wenn wir ja hier so runtergehen Dann nimmt der zum Beispiel Hopp das bei dem rein Und so Sollen wir dabei bleiben, dass immer die Die Lagereinheiten die Teile haben Komm, dann bleiben wir dabei Dass immer die Lager Fuzzis den Teleporter haben So Kriegen wir es hin, noch einen Teleporter zu machen? Ich denke schon Weil dann können wir hier anfangen Jetzt auch die Teleporter rein zu machen So Ihn hier bräuchten wir theoretisch nicht Weil wenn der wirklich diagonal kann Machen wir es trotzdem So, jetzt brauchen wir hier noch die Teleporter Fünf Also wie viel würden wir insgesamt brauchen? Wir brauchen noch fünf Zehn Fünfzehn Zwanzig Im Moment bräuchten wir Fünfundzwanzig Fünfundzwanzig Dreißig Fünfunddreißig Dann haben wir alle Was soll der Geiz? Ne? Dann haben wir alle Ist ja auch überhaupt nicht übertrieben Macht das doch, wenn wir oben die Produktion haben Warum muss es denn jetzt auf die Schnelle passieren? Darum So Können wir Twinbots bauen? Wir könnten Twinbots bauen Ich baue jetzt aber erstmal Dann eine Produktion Weil ich keine Lust habe Das hier immer selber zu machen Die hier Eine Produktion hierfür So Quarz und die Platten Also diese Platten und Quarz Das heißt, ich baue die Produktion hier hin Oder soll ich sie hier hin machen? Das sind längere Wege Guck mal, ich könnte sie aber auch auf die andere Seite ran bauen Wenn ich ja hier die Teleporter drin habe Dann könnte ich sie hier direkt dran bauen Dann können die zumindest von hier raus teleportieren Aber wenn ich die Platten dann irgendwo klauen will Kann ich sie nicht klauen Dumme Idee Machen wir nicht Dann machen wir einfach hier eine neue Produktion hin Ich lasse mal ein zweier Weg Hier Sie bleiben einfach nicht dabei Naja Sollen sie doch machen, was sie wollen Machen wir das jetzt einfach so Dass wir die hier direkt kopieren Moment Moment, der hat ja dann noch Endlager Das heißt Oh, der hat jetzt Doppelteleporter Das brauchen wir natürlich nicht So, ihn kopieren wir Zack Und wir bauen jetzt nur noch Diese hier Also, dass hier direkt Mit Teleporter gebaut wird Nehmen wir den noch direkt raus Damit der hier ist Dann wäre die Seite schon mal durch Äh, ich brauche noch zwei Solarpanels Hierfür Folge es rum Ja, hast recht So, dann bauen wir einmal den hier noch hin Das heißt, jetzt muss ich auch wieder hier die Dingsöfen bauen Soll ich die mal einfach mal auf Vorrat bauen? Ne, jetzt gerade nicht Ne, jetzt so ich werde ein von ihnen nehmen oder soll ich alle nehmen ich nehme alle weil wir gerade so viel quarts haben einmal bitte euer lager entleeren danke hier geht mal mit quarts abbauen so nächste solarpanel sind durch so jetzt brauchen wir hier noch 1 2 3 4 5 6 7 8 8 von denen hier und dann würde ich sagen war es das auch für diese folge wir sehen uns in der nächsten folge wieder also bis dann moment was der mission das funktioniert doch jetzt automatisch wir müssen ganz schnell die teleporter rein ich jetzt jetzt check ich den fehler hier erst ich habe nur hier die teleporter drin aber jetzt werden die mittleren hier gar nicht befeuert hey wie wärs wenn du den mal da rein tust einfach so wo ist die folge gerade bin oh ja da hast du vollkommen recht ich werde zwei von denen nehmen und den hier als lagerplatz vorschlagen so das war's für diese folge wir sehen uns in der nächsten folge wieder also bis dann ciao